Ja moin, hier ist Hans von Peters Landwirtschaft und ich wollte euch einfach heute ganz kurz erzählen, dass wir einen Durchbruch hatten bezüglich unserem Fleischer, der ja leider Ende des Monats nicht mehr zur Verfügung steht und der halt nicht mehr für uns schlachten wird und auch nicht mehr die tollen Produkte machen wird. Aber ich habe jetzt eine ganz tolle Lösung gefunden. Ganz in der Nähe gibt es einen Schlachtbetrieb, der wird für uns zumindest die Tiere ganz sachgerecht quasi schlachten und auch mit der Stressfreischlachtung, also mit quasi einer Übernachtung, dass die Tiere sich an den Platz und an die Fahrt gewöhnen können. Und ja, und dann werden sie nach Finofurt gefahren und da gibt es einen ganz tollen Betrieb, der sich jetzt bereit erklärt hat, hier die Tiere für uns zu schlachten. Und also ich war heute da und es gibt wirklich eine große Bandbreite an Produkten, die wir dann auch mit aufnehmen können. Also positive Nachrichten.